Hallo und willkommen, mein Name ist Matthias Schwendek. In diesem Video möchte ich dir den schematischen Aufbau des Somatic Consent Engagement Systems in einem groben Überblick darstellen. Also bitte mach dich für eine kleine Tour bereit. Das Engagement System besteht aus einer Kombination von Karten, basierend auf spiritueller und persönlicher Erfahrungen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Wir beginnen mit der Funktion unseres Nervensystems. Wenn wir uns bedroht und gestresst fühlen, verhalten wir uns anders, als wenn wir uns sicher fühlen, mit anderen kommunizieren und Verbindung aufbauen, Entscheidungen treffen und ein Leben gestalten können, das für uns und für andere Menschen etwas bedeutet. Eine weitere wichtige Karte ist die Kombination von somatischem Empfinden und von Einwilligungen in genussbringende Handlungen, die entweder unsere eigenen Handlungen oder die anderer Menschen sein können. Somatische Erlebnisse unterteilen sich in den sensorischen Teil, der angenehme oder unangenehme körperliche Empfindung über die Haut wahrnimmt, und den motorischen Teil, mit dem wir uns auf die Empfindung zubewegen oder uns von ihnen entfernen. Diese Dynamik ist der Grundstein, um Somatic Consent und das darin liegende Entwicklungspotenzial voll auszuschöpfen. Die Verbindung baut neurologische Brücken zwischen verschiedenen Teilen des Gehirns und trägt dazu bei, dass sie uns weiterentwickeln, subtil, genussvoll und mit Höchstgeschwindigkeit. So lernen wir durch Genuss, unsere Haut die Entwicklungsarbeit machen zu lassen. Das Körperbewusstsein verfeinert sich, die Fähigkeit im Moment präsent zu sein wird gesteigert, wenn wir fühlen, während wir handeln. Das geschieht insbesondere dann, wenn Berührung anderer Menschen oder durch andere Menschen ein kommunizierendes Einverständnis vorausgeht. Das trägt dazu bei, dass wir mit den Empfindungen des Spürens in uns verbunden bleiben, statt uns in der Antwort oder Reaktion eines anderen Menschen zu verlieren. Das ist die Basis und das Fundament des gesamten Engagement Systems. Es ist befreiend zu realisieren, dass wir ein Recht auf und eine Verantwortung gegenüber unseren Gefühlen, unserem Körper, unseren Ansichten und unseren Wünschen haben. Es ist wichtig zu wissen, wo unsere Grenzen sind, damit wir Vereinbarungen treffen können. Darauf basiert unsere Fähigkeit, jeden Moment zu verstehen, was gerade passiert und was sich wahr und richtig anfühlt. An der Basis des Engagement Systems lernen wir zu kommunizieren und mit unserer Umwelt Vereinbarungen zu treffen. Eine Form von Einigung ist die Erlaubnis durch Nachfrage. Darf ich dies oder jenes tun? Eine andere Form ist es, die Erlaubnis zu geben. Ja, du darfst dies und jenes tun. Oder eine Vereinbarung. Würdest du dies oder jenes für mich tun? Ja, das werde ich machen. Diese Fragen, die vom 3-Minuten-Spiel her stammen, öffnen die Engagement-Zonen im gesamten Engagement System. Der Grundsatz der Engagement-Zonen ist, bei jeder Handlung festzulegen, wer handelt und für wen ist die Handlung. Wenn du also handelst, ist es entweder für dich oder es ist für andere. Genauso gilt, wenn andere handeln, dann ist es entweder für andere oder es ist für dich. Im Wesentlichen kann es nur jeweils das eine oder das andere sein und wir können nur wissen, für wen die Handlung stattfindet, wenn wir auf einer soliden Grundlage klar kommunizierte Vereinbarungen haben. Das macht einen Riesenunterschied bei jeder Begegnung. An der Basis treffen wir auf die Schatten. Wenn wir nicht nach dem fragen können, was wir wollen und wenn wir nicht Nein sagen können und wenn unsere Grenzen überschritten werden. Mehr über diese Schattendynamiken, die zu Verhalten geformte, adaptierte Überlebensmechanismen sind, findest du in dem Bereich der polyvagalen Theorie. Aber wie eine alte Weisheit besagt, wir können ein altes System nicht ändern, indem wir es reparieren. Wir müssen ein neues erschaffen, um das alte überflüssig zu machen. Dieses neue System ist das Üben der Engagementzonen, bis wir sie komplett verinnerlicht haben. Mit dieser Verinnerlichung erreichen wir die Spitze des Systems, der Apex, den umfassenden Höhepunkt persönlicher Entwicklung. Dort ist zwischenmenschlicher Umgang einfach und natürlich. Freundschaften blühen, Altruismus, Liebe und Fürsorge sind verkörperte Eigenschaften persönlicher und spiritueller Entwicklung, frei von Erwartungen und Anhaftung und Zweckgebundenheit. Mit Integrität, Dankbarkeit, Hingabe und Großzügigkeit als gelebten Werten wird eine intime Beziehung selbst zur spirituellen Praxis. Das führt uns zu höheren Ebenen spirituellen Erwachens, voller Mitgefühl und Empathie gegenüber anderen Personen auf ihren Lebensreisen und jenseits von Identifikationen mit persönlichem Drama. Dort feiern wir unsere Verbindung in Begegnungen und teilen unsere Kraft. Wir machen uns selbst zum Geschenk, verkörpern göttliche Liebe und reine Präsenz im überpersonalen Zustand bekannt als Glückseligkeit oder als The Void zusammengeführtes Bewusstsein als Meditation des Lebens, der aus einer gleichzeitigen aufsteigenden und absteigenden Bewegung besteht. Ich hoffe, dir hat diese kleine Tour gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du weitere detailliertere Informationen haben möchtest, bitte check die Webseite. Dort findest du mehr Videos und Informationen zu Live-Kursen für deine persönliche und spirituelle Entwicklung. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages im Leben treffen oder in einem der Online-Meetings. Hab einen schönen Tag und auf Wiedersehen.